hallo welt da sind wir wieder in jamaica plane ja ich glaube wir haben genug geguckt und uns das genug hier vorgestellt wie das aussehen könnte nachher wird sowieso immer anders aussehen weil die teile doch ziemlich groß sind die man hier immer baut ob wie soll man anders bauen und dann passt ein bett gerade mal rein vielleicht sind die siedlungen zu klein die müssten zehnmal so groß sein da hätte man ja schon eine ganze stadt die man hier aufbauen konnte ja eine ganze stadt wäre cool wie wir sehen zu dass wir in dieser folge also die türme hier aufgebaut bekommen eigentlich war das gar nicht meine idee hier am marktplatz schon irgendwie groß was zu ändern das wollte ich eigentlich später erst machen aber dann waren wir gerade mal da mit unserer schablone oben um zu gucken ob das auch alles so passt von der vom abstand her von der entfernung scheint schon passen und da kann mir gleich eine idee eigentlich aber gar nicht für drumherum das was wir jetzt so in den letzten zwei folgen gemacht haben sondern die idee kam mir ihr wisst ja noch gar nicht was für eine idee mir gekommen ist die idee kam mir für was ganz anderes so ein bisschen abwechslung wollen wir aber doch drin haben also nehmen wir hier mal die zonenwände für ein reklameschild da oben ach das sieht schon wieder so gedrückt aus das sieht so fabrik ich weiß nicht dass nach fabrik wird es sowieso aussehen oder wir müssten schon diese ja diese stadt strukturen nehmen aber ich finde die passen hier jetzt gar nicht hin in die stadt warum haben wir eigentlich hier nicht solche solche ziegel dinge da so richtige wände ja oder sowas hier so damit es auch in die welt passt hier naja das haus will ich sehen dass 200 jahre so noch da steht naja die haben asbest farbe und so verwendet also die halten schon was aus die aber das ist holz 200 jahre da mit dem stein das ist schon kann ich mir eher vorstellen dass das bleibt aber auch da glaube ich wäre das ganz schön zugewuchert alles aber hier wächst ja gar nichts mehr wer weiß was die hier abgeworfen haben wie vergiftet das alles ist aber wie gesagt wir wollten uns auf die türme konzentrieren und das machen wir jetzt mal weiter damit wir auch weiterkommen hier aber bitte nicht hetzen ja soll ja schön aussehen nachher naja schön es soll auch reinpassen und gleichzeitig aber auch schön sein und dann auch noch platzsparend und vor allem soll es doch auch noch irgendeine funktion erfüllen so viel auf einmal soll das machen alles und wir haben keine wendeltreppen so so die ersten dinger stehen schon mal jetzt sehen wir mal zu dass wir die leben schnell wieder aufgebaut bekommen damit unsere leute auch was zu tun haben ja das wäre natürlich schön moment mal hatten wir da irgendeine überlegung als wir die aufgebaut haben von wegen wir kommen rein und wir brauchen schrott oder so egal die paar meter kann man doch laufen hier ja 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 Warum, warum, warum geht das nicht? Zu nah dran vielleicht? Ja, ok, da haben wir uns selber eingebaut. Ach was, ging das nicht mit dem Betonpfeilerglitsch? Ah, Moment mal. Also wir würden es zwar reinbekommen, so, aber das wäre ja alles andere als schön. Oh nein, muss das sein? Während der Aufnahme habe ich jetzt echt vor, den nochmal auszuprobieren hier. Also ich habe vor einiger Zeit gelesen in den Kommentaren, dass der Teppichglitsch noch nicht gepatcht worden wäre. Ist ja egal, was man jetzt nimmt. Ich dachte, da wäre so eine halbgroße Gummimatte. Ist das diese hier? Aber bei den Aufnahmen, also wenn man alleine das macht zu Hause, dann hat man ja alle Zeit der Welt und kann da ausprobieren, wie man möchte. Aber bei den Aufnahmen fand ich das immer so ein bisschen mühselig, hier genau den Punkt, genau die Ecke zu finden, wo das Ding hier drauf springt auf den Teppich. Und hier finde ich jetzt gerade gar nichts. Achso, ich stehe auch auf dem Koffer. Da glaube ich. Das kann man ja auch mal gerade hinlegen hier, vielleicht geht es dann einfacher. War da nicht irgendwas mit der Bordsteinkante, dass es einfacher geht, wenn man das Ding auf den Bordstein legt? Dass man das dann besser sehen kann, wie das Kaufhaus dann auf den Teppich springt. Und es gibt ja so einen ganz kleinen Höhenunterschied dann auf einmal. Und wenn man genau die Ecke erwischt, dann kann man das Ding hinlegen, wo man will. Also da wird nur der Teppich dann berechnet, dann kann man so eine, so ein Kaufhaus, ah, da war doch, kann man so ein Kaufhaus also quasi... Ach, da genau, auch in die Wand hier reinsetzen. So nämlich. Aber das kriegen wir ordentlicher hin. Das ist die rechte vordere Ecke beim Rüstungskaufhaus. Scheinbar. Ja, das könnte doch klappen. Und jetzt denkt das Baumenü nämlich, wir wollen einfach nur den Teppich legen und merkt gar nicht, dass da oben drauf noch das Kaufhaus drauf ist. Und jetzt kann man das auch hier so reinstellen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber das sieht man ja auch. Hat doch geklappt sogar. Aber ist ja egal jetzt. Hauptsache es steht hier drin. Platzsparenderweise. So. Also da brauchen wir ordentlich lange E gedrückt zu halten oder so. Wenn das richtig drauf steht, dann nimmt man einfach den Teppich hier. Da. Also ist nicht so wie der Betonpfeiler Glitch, bei dem man ja eh länger gedrückt hält. Und dann kann man den Betonpfeiler setzen und das funktioniert. Hey, das wird auch cool. Mit Amorschild außerhalb. Ja, aber dann sind die Beine in der Luft. Also beides geht nicht. Ja, ich denke mal, ich denke mal, so könnte man es tatsächlich machen. Arm. 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 Oder Arm. Oder Mo. Hey, Mo wär doch cool. Ja. Haben wir nicht so einen Händler schon in Diamond City? Ich finde, so lassen wir das jetzt. Platz sparend ist es. Wenn der Händler hier reinkommt, joa, es steht drin. Und ich glaube, wenn man den Teppich jetzt wegnimmt, dann versinkt der, das Kaufhaus im Boden. Also nicht so, dass es weg ist, aber das geht dann ein ganzes Stück weit runter noch. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer so schön. Hier finde ich das so okay. Wir haben ja hinten gar keine Wand drin. Da muss aber noch eine Wand rein. Ich glaube, mit den größeren Teppichen hier geht das besser. Mit diesen hier. Aber das ergibt nicht so viel Sinn, weil die müssen ja auch dann hier wieder reinpassen irgendwie. Passt ja gar nicht so richtig. Ich weiß nicht mehr. Das mit der Bordsteinkante, das war, glaube ich, was anderes. Da gibt es, glaube ich, noch irgendeinen Glitch. Aber war das nicht so, dass wenn man irgendwie Sachen auf dem Teppich platziert? Moment. Deko-Sachen. Dass die dann da bleiben auch? Das können wir ja gleich mal kurz ausprobieren. Genau. Erstmal die Wand. Alles zu, alles dicht. Und was habe ich gesagt? Ach so. Aber wie soll denn das gehen? Das mit den Deko-Sachen, das geht ja gar nicht. Ich habe da irgendwie, ist mir gerade was eingefallen. Dass da was ging mit dem Teppich auch. Egal, wir können ja mal so einlegen hier. Und wenn man hier drauf irgendwas platziert oder draufstellt, dann bleibt es so. Aber man kann ja im Baumenü keine Sachen da draufstellen. Aber wissen möchte ich es ja schon jetzt. Und Durst haben wir. Ah, wir sind sowieso krank. Das können wir eben nochmal ausprobieren. Prima. Ne, scheinbar nicht. Ah, okay. So war das nämlich. Oder? Irre ich mich da. Also. Man schmeißt irgendwas auf den Boden. So wie die Bierflasche hier. Stellt es dann ordentlich da drauf. Dann geht man ins Baumenü. Oh, Moment, Moment, wir machen das mal richtig hier. Curry, da hatte ich es doch her. Moment. Man schmeißt also irgendwas auf den Boden. Hält eh gedrückt. Kann mit den Maustasten das Ding so ein bisschen drehen. Naja. Jetzt ist es ja nicht gerade gerade. Vielleicht funktioniert es ja auch so. Dann schmeißt man es auf den Teppich drauf. Nimmt den Teppich. Wenn Curry weg ist. Und die Flasche ist nicht verbunden mit dem Teppich. Nimmt die Flasche. Drückt einmal kurz E. Dann steht sie auch. Lässt wieder nochmal E. Und jetzt kann man sie hinstellen, wie man will. Und angeblich wird die dann nicht rumgekickt. Curry, versuch das mal. Ja, wenn wir davor rennen, dann kicken wir die bestimmt um. Ja, wir kicken sie um. Das hat vielleicht irgendeinen anderen Sinn mit dieser Bierflasche. Aber die Siedler kicken das vielleicht nicht um. Aber wir schon. Aber man kann die Sachen alle schön gerade aufstellen. So wie die Hinderan. Doch nicht. Aha. Muss wohl schon gerade sein. Der Boden da drunter. Aha. Geht ja gar nicht. Weil sie liegt jetzt. Ja. Aber vorhin lag sie auch. Und auf einmal stand sie, als wir sie angepackt haben. Ach, ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber ich glaube, irgendwie so war das. Und dann konnte man Regale und so. Da dachte ich, Tische decken und Regale bestücken mit dem Trick. Ist wohl doch nicht so. Einlagern? Nein. Was wollte ich damit jetzt sagen? Ich wollte einfach selber mal ausprobieren. Ich wusste es ja auch nicht. Irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass die Siedler das jetzt vielleicht nicht durch die Gegend kicken. Naja, wer weiß, wir können das ja mal irgendwo beiseite stellen und gucken, ob das nachher immer noch da steht. Ja, hier laufen doch bestimmt viele rum. In der nächsten Folge wundern wir uns bestimmt, oder in der nächsten Aufnahmesitzung vielmehr, wundern wir uns doch bestimmt, warum da sowas ist. Du verkaufst doch unsere grünes Kleid, ja. Dann verkaufst du doch bestimmt unsere Amor. Ja, die Rüstungsteile meine ich. Ja, weiter bauen wir bestimmt auch noch. Oh, das liegt jetzt genau in der Pfütze. Nicht schön. Weiter bauen wir bestimmt noch, aber nicht in dieser Folge, glaube ich. Wie viele Sterne es hier gibt. Na, ich habe schon lange nicht mehr in den Himmel geguckt. Aber gibt es denn wirklich so viele Sterne? Als ob der Himmel leuchtende Masern hätte oder sowas. Oh, war das eine Sternschnuppe gerade? Ah, jetzt ist aber auch gut. Ich glaube, das ist auch das Ende der Aufnahmesitzung heute für mich. Ja, wie gesagt, weitergebaut wird bestimmt. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja, sieh hier. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Ein weiterer Tag an deiner Seite.